hallo leute Willkommen bei Let's Play Left 4 Dead heute nehme ich auf ja wir haben letzten m wir haben jetzt lange nicht mehr gespielt und das ist der Schwung nicht weil das alles hier geht und wir haben nicht die ganze Weg zu schieben als Maul ja wo ich jetzt kann einfach Prozent was war das Hilfe bei dir ist keiner ich meinte noch nicht vor Zombies ja Baller so ab ich habe mich gar nicht getroffen oh nein hier sind die Security Typen jetzt habe ich einen Schlagstock aber jetzt habe ich keinen Schlagstock schön nachladen man muss ja von hinten treffen aber wie wurde gesagt dass ich nachladen soll stirbt ihr Idioten Morgel auch das ist ein Smoker ich weiß nicht von wo der gekommen ist das Opfer hier Alter hat er oder ja Hunter nein ich hab das Spiel irgendwie vermisst ja klar ich habe die Abstaubung das heißt Abstaubung jetzt noch heute sie zuhause bisschen was steht da oben ich bin zu dem und da reinzukommen ohne Magnum schlagstöck schlagstöck auch hier muss ach man muss hier runter glaube ich ja so richtig aus die Ecke gegeben hey mach abgab ich glaube jetzt kannst du auch schneller reagieren mit deinem neuen PC ich glaube jetzt kannst du auch schneller reagieren mit deinem neuen PC ja komm so rein jetzt könnt ihr mich nicht mehr anschreien dass ich scheiße bin das heißt scheiße scheiße boah bist du kacke leck mich wie keiner den getroffen hat hier muss nachladen Alter Magnum Hammer nicht dafür müssen runter kann sie einfach durch das war eine Witz auch hier ist ein Penner Ort Bein abgeschnitten yeah mega cool hey hey oh Bratpfanne äh das hört sich irgendwie gar nicht gut an hab ich jemand ne Taschellampe oh ich hab die ausgeschaut oh bin ich dumm alter mach die Stöder und ich kaputt da waren die Zombies die die schon kaputt gemacht hatten ich hab das an gar nicht drin ist doch egal ah Smoker Alter wo werde ich denn angegriffen ist keiner da kommt nur her kommt ihr zurecht ja da ist die Schotzi Schlagstock bei mir hat er gesagt das knall ich ein Zombie auf die Platte hat keiner gehört hat er bei uns okay hier ist nichts hey pass auf die Autos auf keiner hat auf die Autos geschossen was sagt er pass auf die Autos auf alter Lappen Lapport habe ich eine scheiß Waffe Tja wo ich selbst sieben Schüsse für ein Zombie kein Bock zu haben ist so brauchst du nicht voll für Pussys was er hier gibt es ganz tolle Sachen wo es heißt also das ist sehr hoch ich dachte das oh oh das ist ein oh egal egal weil er gut läuft so ich wurde ihr seid ihr war überseitiger ist so krankescheiße das er ging es ja noch nicht so abnahm werden wir nicht irgendwie bisschen Öde im Gegensatz zu den anderen Runden auch Gott nur 22 Zombie Kills ha ha ich habe auch immer noch schlechter ich habe aber zwei Superquette zu tun ein ganz stolz drauf sein ich mache mir mal hier Heilung okay ich habe nämlich nur noch die Hälfte oh Gott hier sind voll hier sind ja voll viele äh viel zu einfach viel zu einfach ja ist so und ich brauche ich gar keine Heilung ich auch nicht das ist voll traurig jüngerweise schon Alter ballert der mich ab jetzt brauchst du ne Alter da brauchst du ne nein du könnt ja verschwenden ne ist ist so die Tür geht einfach nicht auf ja hier ist auch die Tür die auf geht so geh auf Tür okay geht ich brauche ihn noch einmal mann die Sauberin ne o nein 1 hast du gut gemacht kommt her was für Idioten stiiiiiirrrt sie fallen alle die säcke was ist das ach so defibrillator wo ist der defi hier im kofferraum soll jemand den mitnehmen wieso ich schätze mal wir müssen hier hoch ich schätze ich auch mal was ein hunter ist ja in der nähe da ich sie ihn ich hab ihn gesehen wir werden euch alle killen boah headshot smoker ich hab smoker gehört doch auch wieder geflogen wird von den übelst äh ich tat klar auf vorgesehen ach du kacke lade nach lade nach zack ich krieg voll die breitseite hier wieder weggeflogen ist passiert ja hier ist nur scheiße korn ganz gebüschblutig alter Prozent das ist er gab es ja auch wenn es mehr gar nicht bei der schlechte da es gibt die Lucia um hierher jetzt geht es ab zu irgendwas starten Ich glaube nicht, wir müssen einfach weiter, glaube ich. Ja, schätze ich mal. Ich glaube, wir müssen hier lang. Äh, bist du hier dran? Hat er hier in die Ecke gepisst? Ich schätze mal schon. Die Krakisterne. Die. Oh, verdammt, ich habe einen Tank. Das ist schlecht. Smoker! Jockey. Ach ja, Jockey, Entschuldigung. Wow! Ich sehe nur... Ich sehe nur ein Charger. Danke! Das war jetzt gerade eine schlechte Leistung von mir, muss ich ernsthaft jetzt mal sagen. Ich muss mich einfach auf die Zubeeren kamen. Oh, ich muss mich heilen. Sag ich, ne, 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 ne. Ja, und wir haben... Ach, komm, ne. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Auch einen Bestauschläger. Ah, unter der Tatsache워요osaurier. Privat wäre. Sag. Ja, ja, wir müssen zum Z Shaun Sch Tubbs der Fortniteco. Ich schätze mal. Wir müssen hier... perverse Hure die bis aus wie der Movie Park Leute ich nicht getroffen volle Breitzeiter in Flügel wie ich in den Arm abschießen durch den Kopf ich habe null Chancen die Idioten auch Verbandzeug also die Dachmärz hat das Leben schwer als es eigentlich ist und hier ist das voll easy ist so bisschen too easy ne viel ähm kann man die Schwierigkeit einstellen oder so ja ich hab auch normal ich glaub das war zu leicht guck sich mal einer ach hier geht's weiter da wo ich bin ah da in der Seitengasse wow Hilfe aber so muss jetzt werden komm her Schlampe Alter hinter dir war ein Zombie kein Grund mich zu killen bist du tot oder was was Jagdgewehr nehmen Combat Shotgun Alter was ist hier alles uuuh ich sag viel oh Gott wie viel Scheiße hier ist oh jetzt ist geil jetzt bin ich jetzt aber ausgerüstet ey oh yeah oh ich brenne aah da muss halt nicht ins Feuer gehen ne ja oh wie geil guck mal hier der Lastwagen geil oh Medikamente ich hab Pillen wow wow pah was ein Idiot ähm äh ihr hört das auch oder ja ist bisschen nervig ne ja wir könnten auch weitergehen das sind keine Zombies da hat jemand Menschen erschossen das sind keine Zombies da hat jemand Menschen erschossen glaub ich was nun direkt rein stürmen hier ey und jemand Pillen ja ich nehme mal meine Pillen hier ok irgendwie ach da sind wir jetzt ich weiß wo wir sind irgendwie sind wir jetzt grad voll gut dran ne ach ja hier waren wir ja alle verreckt ich hab da grad nen Tank gesehen und ganz viele Zombies lauft einfach hä bin ich falsch oder bin ich nein vergiss alles so auch wenn jemand von uns angegriffen wird nein rette den dann irgendwie passiert gerade nichts aber ich bin doch nicht falsch ja haben wir doch gesagt wenn wir doch gelungen kommt los ach zu kacke einfach weg hier einfach weg hier einfach da hoch alter was ein langer Weg schnell hoch schnell hoch wo auch wo auch Prozent Prozent ja sorry ne ich wollte dir helfen aber ich wollte es mich verrecken lassen ich bin sofort hoch gekommen knallen und schon mal nicht so geil hier schon mal eine bessere Waffe ist hier um einer ist hier Muni Adrenalin hier ist irgendwie nichts ja doch scheiße okay ab zu klein okay das ist jetzt aber auch irgendwie noch leicht ne irgendwie schon ne äh soll doch mal weitergehen ne ach geht's weiter ja ja ah ich habe einen Job auf dem Korb ah ich ich versuche es zu treffen okay komm hier geht's weiter Jao Schell bleibt da oben verrecke warte alter ähm um super verwendet sich irgendwie geht's ja nicht weiter na ach die Kacke das ist nicht witzig irgendwie nicht mehr steht einfach sofort wieder auf ich will diese Sprüche was ist hier los wo bist du lang ich glaube hier oder ah ja hier ja hier 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 durch den Busbahnhof hier ist ein Scheiße Hunter schnell bevor der Jockey einangrabe Ah Jockey boah äh schwer sich nicht äh ich hab ich hab Ah Hilfe hier schlug den Molotow hier 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 schlug den Molotow oh ey es wird schwerer das war jetzt irgendwie nicht so toll ich müsste mich gleich heilen der Zombie trägt ne Rüstung hey boah auch schon bemerkt wartet mal da ich kann weitergehen zu unserer Brücke okay die Autofahrt zu unserer Brücke ganz scheint dann lass losgehen hast du ja abgefährten dort sauberer Danker wer da gibt es ja auch mal gute Waffen irgendwie voll durchsteht nur irgendwie schon auch rein wo stelle die muss sie sich um die sind die auch die muss der Stellung sichern zum Idioten doppelt ja